Im Menü von The Elder Scrolls Online gibt es eine neue Funktion, die sich sehr lange von den Spielern gewünscht wurde. Nun ist sie endlich da und ich möchte sie euch heute gerne zeigen und erklären, was sie denn machen wird. Denn sie erscheint erst mit dem nächsten Update, Update 36, dem Firesong DLC und damit herzlich willkommen zu diesem Tester-Video. Ich bin's wieder, Alexos vom offiziellen ESO-Stream-Team. Am besten können wir uns das natürlich ingame anschauen, deswegen würde ich sagen, gucken wir auch gleich ingame, wie das Ganze denn so ungefähr funktionieren soll. In Zukunft erhaltet ihr die Möglichkeit, über die Funktion Einstellungen Spielablauf die Begleiter in Städten einzuschränken. Das bedeutet, nicht alle Begleiter werden eingeschränkt, sondern nur die von anderen Spielern. Das schließt alles an Begleitern ein. Wenn ihr diese Funktion aktiviert und in ein dicht besiedeltes Gebiet geht, also in jede x-beliebige Stadt oder halt eben vor allem in die Nähe von Handwerkstischen, dann werden alle Begleiterarten anderer Spieler ausgeblendet. Das bezieht kämpfende Begleiter wie die Gefährten mit ein, unter anderem aber auch den Bär des Hüters. Natürlich auch solche Sachen wie die dedrichen bzw. edrichen Begleiter des Zauberers, dem explosiven Begleiter bzw. Scamp, sowie den, ich weiß gerade, wie heißen diese aufrechtlaufenden Krokodile, die kleinen Raptoren, ihr wisst schon, was ich meine. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich habe da gerade einen Blackout, ich habe es gerade vergessen. Ihr wisst auf jeden Fall, welche beschworenen Begleiter gemeint sind. Mit dem Zerstörungs-Adrenaren, also zum Beispiel dem Sturm-Adrenaren vom Zauberer habe ich es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber der müsste theoretisch auch ausgenutzt werden, weil er unter diese Begleiterriege fällt. Das ganze Gewusel von den friedlichen Begleitern, die ihr als Sammlungsgegenstände beschwören könnt, die verschwinden auch, es verschwinden auch die Gehilfen, das heißt also egal ob Händler, Banker, Gehilfe oder Arsenal, Tisch bzw. Arsenalbegleiter, auch diese verschwinden. Allerdings nur die von anderen Spielern, das heißt also eure eigenen seht ihr immer. Wenn ihr einen Hüter seid mit Bär und weiß was ich, ihr habt gerade eine Verwerterin, also hier die Verwertergehilfen beschworen, die Lumpensammlerin, dann bleibt die trotzdem da, weil es eure ist. Es gilt nur für die von anderen Spielern und auch nur in dicht besiedelten Städten. Das heißt also, die krass bunten, glitzernden Wesen, die ihr in der Open World manchmal rumlaufen seht von anderen Spielern, die bleiben, es gilt wirklich nur für Städte. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es sowas wie ein Mittelalter-Fantasy-akkurate Einstellung gibt, die auch noch mit dazu kommt, dass man alle zu krassen Sachen ersetzen kann. Also zum Beispiel, dass wenn man die ganzen übelst heftigen Reittiere und die Super-Special-Begleiter nicht sehen möchte, dass man dann einen kleinen Haken umlegen kann, um dann diese Super-Special-Reittiere mit den heftigsten Beschwörungsanimationen einfach, weiß was ich, gegen Standard-Reittiere zu ersetzen. Das wäre für PvP, für die Performance ganz nice. Und es wäre auch für diejenigen, die mehr so ein bisschen mehr Mittelalter, ein bisschen weniger Fantasy haben wollen, ein bisschen mehr Elder Scrolls, für die wird es wahrscheinlich auch ganz nice. Also dieses ganze typische MMO-Geklatsche ist vielleicht stellenweise ein kleiner Immersionsbrecher. Und da noch eine zusätzliche Einstellung zu haben, meinetwegen unter dieser Option hier, wäre cool gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das als gute Idee erachtet. Unter anderem gibt es allerdings, weil wir ja schon beim Thema Arsenal-Gehilfe waren, auch noch eine neue Erneuerung, die ich auch noch als kleinere Sache hier mit in dieses Video reinnehmen möchte. Und zwar wird es in Zukunft neue Arsenal-Tische geben. Es gibt einige Orte, wo man den Arsenal-Tisch nicht hinstellen kann. Das geht ja nur in Häusern. Und es gibt auch einige Orte, wo man keinen Arsenal-Begleiter beschwören kann. Also beispielsweise hier könnte ich den für 5000 Kronen erworbenen Arsenal-Gehilfen jetzt nicht beschwören, diesen Ork, sondern ich brauche ja entweder ein Haus oder halt eben die Open World, wo ich den holen kann. Allerdings wurden jetzt in der Kaiserstadt und in Cerrodiil neue Arsenal-Tische platziert. Das heißt also, sowohl in der Kanalisation, das ist hier das Einstiegsgebiet der Kaiserstadt, dort findet man jetzt Arsenal-Tische. Zum Beispiel hier kann man jetzt diesen Arsenal-Tisch finden. Der ist etwas versteckt, wie ich finde. Das heißt also, man muss, wenn man gespawnt ist, links entlang gehen. Und ich teleportiere mich jetzt auch nochmal rüber nach Cerrodiil, damit wir auch da einmal einen dieser neuen Arsenal-Tische im PvP sehen können. Also wie gesagt, es handelt sich dabei um neue Arsenal-Tische im PvP, denn dort konnte man bisher nicht an Arsenal-Tische ran, beziehungsweise dort gab es einfach nicht die Möglichkeit, diese zu nutzen. Ich denke, das ist eine ganz coole Option. Ich suche den mal ganz kurz. Ich weiß gerade nicht genau, wo der hier steht. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich den gefunden habe. So, ich habe ihn jetzt gefunden und ich finde, in Cerrodiil ist das sogar nochmal ein bisschen schöner gemacht als in der Kaiserstadt. Da hat er nämlich sogar ein neues Symbol bekommen. Also ich kenne das Symbol auf jeden Fall noch nicht bisher. Das ist nach meiner Meinung ein neues Symbol. Das ist der Arsenal-Tisch also. Den gab es bisher jetzt noch nicht. Also auch ein neues Symbol, passend dazu designt. Und jetzt beispielsweise hier im Altmeeridominium findet man den jetzt hier auf der linken Seite beim Westtor nach Elswehr. Also nur in den Grenztoren, also nur in einen der beiden äußeren Tore. Wir können ja mal gucken, vielleicht sehen wir den ja auch hier nochmal eingezeichnet. Guck mal, hier im Deutschschutzbündnis befindet der Arsenal-Tisch hier hinter diesem Schmiede-Bereich. Also wenn ihr im oberen Spawn seid, hier im Nordtor nach Hochfels. Und hier haben wir den beim unteren, beim Südtor noch Morrowind, finden wir den. Das müssten auch die Spawn-Punkte der Goldenen sein. Also in der Nähe der Goldenen, dort findet man unter anderem jetzt halt eben die Arsenal-Tische auch in Cerrodiil. Finde ich persönlich ganz gut, dann kommt man da ein bisschen einfacher hin. Das sind aber nicht alle Erneuerungen, die es jetzt in The Elder Scrolls Online gab. Und es ist ziemlich wichtig, dass du dich gut informierst, was es so in Zukunft geben wird. Und das könnte auch für dich die Spielweise ändern. Was definitiv deine Spielweise ändern wird, egal ob du PvE oder PvP spielst, ist diese neue Funktion hier, ein neues Markierungssystem. In diesem Video erfährst du, wie es funktioniert, wie du es nutzen kannst, um besser zu werden, beziehungsweise um effektiver in Seller Scrolls Online unterwegs zu sein. Schau dir das Video auf jeden Fall an.